Dann darf ich dich begrüßen zum Format Fragenhagel, heute mit Dennis Söhl, Spielertrainer vom TSV Trülfingen. Dennis, Spieler oder Trainer? Trainer. Flugball oder flacher Pass? Flugball. Hefe oder Helles? Hefe. Aufstieg als Meister oder in der Relegation? Relegation. 1-0 oder 5-4? 5-4. Auf welches Spiel freust du dich in der restlichen Spielzeit am meisten? Auf Ravensburg 2, aufs Heimspiel. Lieber ein junger oder ein alter Spieler? Ein junger Spieler. Jung gegen alt, wer gewinnt? Alt. Gab noch niemand, der jung gesagt hat. Was ist deine Lieblingsformation? 4-1, 4-1. Ballbesitz oder Konter? Konter. Trülfingen schafft den Klassenerhalt, wenn? David Kleinfeld noch 20, nein, noch 30 Tafelschießen. Oh, Druck, Druck. Am Ende der Saison belegt der TSV Trülfingen den Platz. Jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Ich weiß nicht mal unsere aktuelle Platzierung. Momentan seid ihr auf Platz 14. Dann sage ich 13. Langt aber auch nicht. Nee, reicht nicht. Trotzdem danke. Danke. Gar nicht. 40-Steuer Thai NadEM.